Ein Baby? Okay. Okay, wir kommen hier offensichtlich nicht weiter. Warum schreit denn da jetzt ein Baby? Wir sind, warum ist jetzt Callum ein Baby? Ist auf jeden Fall da hinten. Oh, hier. Das geht in Richtung Riesenrad. Ich bin alleine im Raum, ja. Wenn die Frage mir galt, dann ja. Ich bin sogar gerade allein in der Wohnung. Judgment. Er schreibt mir die Ticket, ohne zu sagen, ein Wort. Just das Scratch-Scratch von seinem Pen auf dem Notepad. Als er es mir gab, unsere Augen sind verstanden. Ich weiß, was du gehst. Meine Daughter, Helen, sie... Just get some help. Help war ein Bolte von Leitern. Help war ein Tausend Volt, surging durch meine Väns. Help ist Agony. Ich würde mich nicht sterben. Ich wollte ein Scream. Ich würde mich nicht abholen, und mich schrauben. But instead my mouth said... Yes, Sheriff. Mommy is coming, Callum! Okay, wir kriegen jetzt nur noch als Spur ein Baby heulen. Was hat die Dame denn für eine düstere Vergangenheit? Ei, 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 ei. War da was? Oh. Da und hier auch. Die Dame wird immer hysterischer. Okay. Der bedroom ist noch nicht mehr. Wer sei die Ängste. Die Bildern sind nun flachlich. Er ist noch nie. Die Überraschung. Die Bildern sind. Die Laura sind ja nicht hier. Und sie glauben. Die Wälder steigen. Die Wälder sind nicht überlegt. Und was sie die Ängste tun? Sie sind hiervorsisch. Sie waren nur in diesen Tausend. over all the other potentials. Solomon Island is a nexus for dark energies and the thought of all that power just dissipating beneath the earth here. It makes my skin crawl. I called in a few favors back in Brooklyn and got someone at the local academy to see if they had any interesting books about local history. Turns out that they do and it turns out that old man Henderson has some pretty strong connections to the Brooklyn crowd. Manchmal sind die Sätze ein bisschen komisch gebaut, finde ich. Perhaps something he wrote will help me find the piece of the plants that I am missing. Okay, auf auf jeden Fall scheint dieser Platz hier verflucht zu sein. Die Dame hat auch ein dunkles oder das heißt eine dunkle Vergangenheit würde ich noch nimmer als sagen, aber eine sehr gestresste Vergangenheit vielleicht. Ich will nur einmal eben da hinten gucken, bevor wir mal zum Riesenrad gehen. von hier komme ich, oder? Oh, eine abgestürzte Gondel, super. Geht's hier weiter schon? Ich gucke mir noch mal die Eingangs, ähm, die Warteschlangen an. Okay. Wir sind das Ride Ferris Wheel. Da müssen wir nicht hier irgendwie, doch bestimmt auch, ne? Da, Decrease Speed. Halten wir das Ding erst mal an. Geht das noch mehr? Das sieht gut aus. Der hält doch an, ne? Jo, und schon wieder dieser Crazy Chipmunk. Uah. Nun gut. Auf geht's. People come into your life for a reason. Dad used to say that before Mom ran off. After that, he mostly just drank. Things were different for Don and I. When we met, I was sweeping the floor at Susie's diner. He came in with some workers, but he didn't try to flirt or cop a feel like the others. He just ordered a coffee and sat there, watching me. When my shift was over, he offered to walk me home. I don't know how to describe that walk. We talked and laughed and eventually kissed. It felt like love. It felt like a fairy tale. Well, I can't tell you if Callum was made that night or one of the ones that followed. But I think it has to be that night. That one perfect night. Don and I moved in together, but then, well, he died. According to the supervisor, his safety harness failed when he was working on the top of the Ferris wheel. Don was there one moment, and then gone. Sometimes people leave your life for no reason. I was three months pregnant with Callum. Fairy tale fucking over. There he is. There he is. Achso. Okay, der Typ steuert auf jeden Fall immer alles. Warte mal. So. Ähm, warum wird uns denn hier noch was angezeigt? Ah, deswegen. Unsafe, close the park. Inspectors comments, after touring the park, riding the rides and viewing the startling number of incidents suffered here in the park, it is the inspector's opinion that Atlantic Island Park should be shut down until Nathaniel Winter complies with all safety regulations. While I understand that there is a sensitive political relationship between Mr. Winter and the Senator, I nevertheless suggest that such political considerations be set aside in condemning Atlantic Island Park. The rides, at first glance, appear well constructed and maintained, but the sheer number of incidents in the park during the last few years and during constructions lead me to believe that there is something wrong at the base level of construction and we should close the park and fully investigate these flaws. To wit, here is a partial list of the fatalities in the park since opening only two years ago. Also eine Liste der Dinger, die kaputt gegangen sind. Eine dreiköpfige Familie wurde getötet, als der Rollercoaster derailed ist, also aus der Spur geflogen ist. 14 unabhängige Vorfälle von gebrochenen Knochen und gebrochene Rippen while riding the Octotron. Echt, kann man das da schaffen? Wow. Drei Selbstmorde. Oh, die sind aus dem Riesenrad gesprungen. Drei Selbstmorde. Respekt. A child seriously injured on the escalator. Escalator, da waren wir, glaube ich, noch nicht. Over a dozen children reported missing in the House of Horrors. Was? Über ein Dutzend Kinder sind im House of Horrors verschwunden gegangen. Und einer, also einen Report über das Ertrinken eines im Tunnel of Tales. Ach, da waren wir doch, ne? Mit dem Schwan. Mit dem Schwan. Und der wurde anscheinend noch, aber als das Spiel gestartet hatte, war der Park ja noch offen. Sind wir hier in einem Paralleluniversum? Also es spielt ja in diesem Secret World, MMO-Gebiet auch. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob hier noch was ist. Ich habe das Gefühl, es wird lauter. Take rollercoaster ticket. Oh, er spricht wieder mit uns. Das sind die Dinger, ne? Sind die da runtergeflogen, auch was? Die Leute! Du hast 9 Monate von dir, sie verraten, sie zu ihnen, sie zu ihnen traumatisiert. Du hast dich, sie zu ihnen, sie zu ihnen, und dann spendst du den Rest von dir als ihrem Schlau. Die Dinger, die Möbel, die Möbel, die sie zu ihnen. Die kleinen Möbel, die, 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 die... Was ist Achma? Was geht denn mit der? Das ist ganz schön krass, was die da von sich gibt. Und dann wieder so ruf. Don't do it. Ist er vor ihr weggelaufen? Hm? He's watching you. Wer's watching me? Was ist denn? Der Rollercoaster. He is coming. Wer? Wer kommt? Ich komme immer noch nicht drüber hinweg, was mit der alten los ist. Verändert die sich hier in dem Park oder war die immer schon so crazy drauf? Ein grünes Licht. Ist das hier oder ist das da? Da oben sind ein paar. Okay, als nächstes kommt also der Rollercoaster. Und ich würde sagen, den gucken wir uns nach einer kurzen Pause an. Edgar kennt das schon, der wird gleich wieder schimpfen. Aber jetzt kommt ein kurzes Päuschen. Ein paar Minuten nur. Und ich sage, bis gleich. Moment, nochmal checken. Ich habe mir umgebaut. Ist das überhaupt noch korrekt hier? Nee, siehste. Der ist es nämlich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Musik 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 Musik